Meinst du A90? Du brauchst halt Tape auf der. Also A90 würde ich mir echt jeder, gefühlt jede andere Maus holen. Also A90 kann ich irgendwie nicht empfehlen. Also du kannst auf der abüsen mit Tape, aber... Die ist komisch, also... Ich würde sie mir nicht kaufen. Also wenn ich sie hätte, würde ich wahrscheinlich mit Tape und so... Ist okay, aber als neue Maus, nee. Ich würde sie mir nicht machen, aber ich würde sie mir nicht machen.